Yo Leute, Freitag um 4 Uhr wird es einen 6 Stunden Stream geben auf Twitch, ist verlinkt, würde mich mega freuen, wenn ihr allschaltet und dann bis hoffentlich Freitag. Ich glaube, ich sollte mir mal wirklich angewöhnen, mein eigenes Kid zu verwenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Timolia One Wands, das gab es schon etwas länger nicht mehr. Ähm, by the way, warum kamen keine Videos? Ähm, was soll ich im nächsten Fall... Bruder, was haben diese Kinder, die diese dummen Kids machen für Behinderungen? Ähm, na gut, also, wie dem sei, warum kamen keine Videos, wird man sich jetzt ganz vielleicht fragen, auch wenn die wahrscheinlich niemand wirklich aktiv vermisst hat. Easy, na, so, jetzt habe ich wenigstens mein Kid, womit ich auch vernünftig spielen kann, mit meinen wunderschönen Schneebellen. Ähm, ich muss sagen, der Grund, warum keine Videos kamen, ist einfach der, dass mir Twitch momentan einfach viel, viel mehr Spaß macht. Ähm, Twitch bockt halt schon hart momentan. Ähm, das stimm ich auch momentan fast daily. Ähm, könnt ihr mal sehr gerne vorbeischauen, das ist in der Beschreibung. Ähm, da wird es die Tage auch noch ein Special geben, was ich aber, glaube ich, auch schon vor dem Video angekündigt haben werde. Ähm, ja. Da muss ich halt mal schauen, wie ich das machen werde, alles. Bruder, klein konfiguriert oder was? Ähm, ja, also, wie dem sei, es werden jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht unter Umständen eventuell wieder aktiver Videos kommen, aber hauptsächlich werde ich jetzt erstmal streamen, weil, äh, Twitch bockt halt einfach mega. Ich zocke da immer schön ein bisschen was mit Tim. Ähm, ich muss sagen, meine Stream-Community ist momentan noch ziemlich aktiv. Also, da muss ich sagen, das ist richtig chillt. Äh, Bruder, ne? Dein Client hast du gerade schön eingestellt. Ähm, ja. Okay, also, ähm, ja. Also, ich hoffe, dass jetzt die Tage wieder aktiver Videos kommen werden. Ähm, aber ich kann es nicht garantieren. Ach, Lego. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme jetzt war. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schaut mal wirklich liebend gern bei Twitch dabei. Da gibt es Daily oder Weekly Streams oder gibt es halt echt wirklich des öfteren ganz nette Streams. Bis dann. Ciao.